Musik Steven, du hast ja hier eben den Hertha-See so dermaßen abgerockt. Die sind echt verrückt hier, das ist echt der Wahnsinn. Ich kam hier an, da fing es volle Kanne an zu regnen, da hab ich gedacht, oh Gottes Willen. Dann kam die Sonne wieder raus, da fing es wieder an zu regnen. Aber die waren sowas von mega drauf, ich hab zuerst gedacht, ob das was wird, aber das war richtig, richtig geil. Echt, Hammer. Hat man gemerkt, dir hat es auch richtig Spaß gemacht. Auf jeden Fall, die waren top drauf. Ja, ich hab schon gesagt, das ist ja schon fast, ne, darf ich gar nicht sagen, besser wie in Köln, aber das war wirklich mega, das war mega. Ja, das nächste Mal Köln, treffen wir uns mal, ne? Ja, genau. Was gibt's sonst Neues? Was hast du denn in Arbeit? Ja, also ich bin viele Sachen am machen. Wir haben uns ja letztens schon gesehen mit Couleur, neue Nummer mit Couleur, die steht schon in den Startlöchern. Dann was Neues natürlich von mir selber, ja, auch wieder für Karneval, aber was schön ist, kommt jetzt auch zehn Jahre ein Diamant. Vor zehn Jahren hab ich den Diamanten geschrieben. Okay. Und den wird's jetzt in der eigenen Version von mir geben. Also ganz großes Dankeschön auch an alle, die den gesungen haben, an alle anderen Künstler. Und jetzt gibt's noch was von mir, dieses Jahr den Diamanten, meine eigene Version. Ja. Da freuen wir uns doch wohl schon drauf, oder? Ganz genau, du bekommst den natürlich sofort, ne? Na klar. Steven, wie sind deine Pläne sonst noch aus? Ja, also Karneval, das steht ja auch im Prinzip schon wieder fast vor der Tür. Man ist jetzt schon wieder... Ja, dauert nicht mehr lange, ne? Das geht schnell. Also man muss im Sommer alles vorbereiten. Und ja, da gibt's dann natürlich auch schon wieder bald einiges zu hören. Vielleicht sogar schon vor dem 11.11. Also sehr, sehr tolle Sachen. Ich bin gespannt. Ja, ich freue mich. Kölsch Mädchen, ne? Ja, natürlich. Also der kann ja nicht nur Schlager, der kann nicht nur Schlagzeug, der kann auch Kölschemucke. So ist das, so ist das. Ja, man hört es ja auch am Dialekt. Also ich kann auch, wenn ich mich anstrengend, Hochdeutsch reden, aber ich hab gesagt, ich verstecke es jetzt nicht mehr, ich mach's einfach so ganz normal locker, ne? Die Kölschen halten zusammen. Ja, ja, aber die anderen auch. Ne. Okay, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Restabend. Gleich wird noch ein bisschen Party gemacht, ne? Vielen Dank. Ja, es ist mega. Und es ist echt toll hier am Hertha-See und wir hoffen wirklich, dass Thomas Gerheim diese Veranstaltung, diese Beach-Party nochmal macht und nochmal macht und nochmal macht. Und selbst wenn ich nicht da bin, ist einfach top hier. Also müsst ihr hinkommen. Also es macht echt Spaß. Ja. Super. Das ist super. Tolle Stimmung und so wollen wir es haben, ne? So soll der Schlager und alles gefeiert werden. So ist es. So muss es sein. Ja. Danke für deine Zeit und wir sagen Tschüss und bis bald. Ich danke dir und wir grüßen natürlich alle Schlager-Auschen. Genau. Von der Gabi. Ich habe das auch von Leuten rumgeschickt. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017